Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen neuen Pile-Up oder Out-of-Map-Clash zeigen, der richtig easy geht. Was ihr dafür braucht ist ein Teamkamerade, der sich da in diese Ecke stellt oben auf dem Dach bei Blood of the Dead. Wenn er sich da in die Ecke stellt, genau da, müsst ihr oder er sich down gehen lassen und wenn er down ist, müsst ihr diesen Schlürftrank trinken da, dass ihr zu ihm teleportiert und ihn heilen könnt. Aber ihr könnt ihn nicht mehr heilen, weil ihr seid jetzt Out-of-Map dank diesem Trunk, weil ihr geteleportiert worden seid. Und von hier aus könnt ihr wirklich über die ganze Map springen, ihr könnt zum Leuchtturm, ihr könnt ans Meer runter, ihr könnt überall hin. Noch ein kleiner Tipp von mir, macht es im privaten Spiel, weil da könnt ihr das Leben ein bisschen hochsetzen und die Regenerierung könnt ihr auch hochsetzen. Dafür regt ihr nicht gleich, wenn ihr Out-of-Map geht, weil ihr bekommt die ganze Zeit Schaden da draussen. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kurze Bewertung da, ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye, bye. Out-of-Map 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 Bis zum nächsten Mal.